Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge, das letzte Mal ARK. Wir sind in der zweiten Folge immer noch auf der Island natürlich und heute geht es um das dritte Artefakt und danach wollen wir uns der Brutmutter stellen. In den nächsten Folgen kommt dann der Affe, der Drache und dadurch auch dann auch die Tech Cave und dann geht es Richtung, ja, Scotch Earth. Erst nochmal hat der King Jax noch kurz eine Stärkung gegönnt, weil natürlich bevor es in den Dungeon reingeht, müssen wir uns erstmal ein bisschen aufbauen und er hat immer noch keine Hose an, habe ich gerade gesehen. Mann, 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 King Jax, läuft hier einfach nackig rum im Video, muss ich zensieren, weiß ich gar nicht. Nee, aber auf jeden Fall, wir sind heute im Lava Dungeon. Ich muss ehrlich gestehen, von der Atmosphäre her ist das mein Lieblings Dungeon auf der Island. Ich finde diese roten oder die orangenen Kristalle und auch diese ganze Lava-Optik und so ein bisschen der Anfangszeichen, kleine Schwierigkeitsgrad mit dem Springen und auch, ja gut, die Federmäuse sind nervig. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, Leute, was ist denn euer Lieblings-Dungeon auf der Island? Würde mich mal mega interessieren. Ich hoffe, ich schreibe nicht Eis-Dungeon, weil, oh Gott, wer den Eis-Dungeon mag, Leute, das ist der Abstand nervigste Dungeon und arg. Da kommen wir auch noch rein, aber wird wahrscheinlich eine halbe Folge werden. Nee, aber hier sind wir reingegangen und natürlich, Leute, auch hier das Ganze ist ein bisschen mit Schnitten. Ich habe ein paar Sachen rausgeschnitten, wie zum Beispiel, dass wir das 500. Mal Gegenmittel nehmen mussten, weil natürlich wir als Tollwut bekommen haben, gerade ich Tollwut bekommen habe, weil mein Skill ist halt sowas von nicht existent. Ihr habt es in der ersten Folge ja schon gesehen, dass, wenn ihr irgendwo mal zu einer Schießerei gehen wollt in Ark, nehmt mich nicht mit. Ja, ganz eindeutig, stellt mich auf die Ersatzbank. Ich bin nicht gut im Schießen. Und dazu kommt natürlich noch, dass ihr seht ja, ich halt einfach in der Third-Person-One-Hat spiele und es ist sowas von schwer, damit zu schießen. Oh Gott, ich bin so schlecht. Also auf jeden Fall ist es viel angenehmer, wenn man mit Schwertern oder so spielt. Das habe ich auch ein bisschen dann teilweise auch gemacht. Ja, wir erkunden das Ganze. Wir laufen jetzt nicht einfach straight einfach genau zum Artefakt, sondern wir sind natürlich auch ein bisschen rumgelaufen, haben ein paar Decker-Notizen mitgenommen, haben ein bisschen, wie gesagt, die Höhle gecleatet und uns auch das Ganze nochmal angeguckt, weil wie gesagt, es soll ja eigentlich, für mich persönlich, ist es zumindest das letzte Mal in diesem Dungeon, ja, auf der Ark Survival Evolved-Version, ist immer so ein bisschen auch das Ganze so ein bisschen traurig zu betrachten, weil alles, was ich jetzt eigentlich gerade mache in dieser Videoreihe, ist halt das letzte Mal in Ark Survival Evolved. Ja, man kann jetzt sagen, du machst doch dann Ark Extended wieder. Ja, Ark Extended wird das Ganze dann wieder gemacht, aber es sieht anders aus. Und das ist halt wie so ein Abschiedstournee, wisst ihr, so fühle ich das Ganze hier an, so nochmal ein letztes Mal, deswegen heißt das Format ja auch so, Ark Survival Evolved. Es ist schon, es fühlt sich ein bisschen trauriger an, zum letzten Mal an diesen Orten hier zu sein, aber irgendwie macht es auch Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Wie gesagt, ich erinnere mich so an so viele Orte und die Spinne kommt einfach mitten rein, hallo. Ohne mich ist dann so viele Orte und so viele komische Dinger passiert. Ich bin schon so oft irgendwo abgestürzt und ja, mittlerweile hat auch King Jack sich mal in Hose angezogen. Sehr gut, so gehört ich das. Und ja, wenn man nebenbei den Baustellen hört, gehört mir mega leid, weil mir wird nebenbei Haus abgerissen, aber ja, tut mir leid, ist ein bisschen Atmosphäre im Video. Ja, hier drin muss man ein bisschen aufpassen, es gibt ja eine oder andere Stelle im Dungeon, wo man abrutschen kann und runterfallen kann, in der Lava jämmerlich zu Anakin Skywalker wird. Nee, aber das ist schon, der Dungeon ist eigentlich dieser Geist ganz cool. Wenn man jetzt hier Tipps geben kann in dieser Videoreihe, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Leute, nehmt Entehaken mit einer Armbrust mit, dass ihr einfach notfalls erstens euch wieder hochschießen könnt, falls ihr abrutscht, einfach zack nach oben schießen und euch wieder hochschießen, also hochziehen. Oder notfalls, wenn ihr bei einem Sprung euch nicht sicher seid, ob ihr das schafft, dann schießt euch einfach rüber, seid ihr immer nummersicher. Tja, so, ich sag jetzt mal, wie jetzt hier zum Beispiel, da passt ja gerade, King Jacks zieht euch auf jeden Fall rüber, ab Nummer sicher gemacht. Ich mach das Ganze jetzt hier auch, einfach Armbrust raus, Entehaken und zack. Da der Sprung vor uns ist jetzt nicht so extrem schwer, aber man kennt, wie gesagt, den Movement Günther Schario und er schafft es einfach nicht und fällt am Ende runter. Und ja, das wollen wir nicht. Also ihr wollt, ich meine, ihr wollt das nicht. Ihr wollt es und ich will es nicht. Nee, ich will es nicht und ihr wollt es, so rum auf jeden Fall. Ihr wollt es schon sehen, wie ich verbrenne, aber nein. Spoiler, ich bin vorsichtig. Nee, aber ohne Mist. Klar, wenn man genug Movement Speed also relativ gut abspringt, kann man das auch schaffen. An einigen Stellen kann man auch ein bisschen die Gegner austricksen. So ungefähr auch genauso wie jetzt hier an der Stelle. Einfach auf die Gegner schießen und sie einfach, ha, läuft doch ihr in die Lava, ne? Verbrennt doch einfach. Außer natürlich der Skorpion, der meint, der muss einfach das Spiel austricksen und kommt wieder hoch. Die gibt es natürlich auch. Gottmode Skorpione. Er sagt sonst über gewisse Sachen, kann man einfach drüber springen. Das ist jetzt zack, einmal drüber. Und natürlich wieder Fledermäuse. Immer überall Fledermäuse. Ja, langsam kommen wir Richtung Artefakt runter. Dahinten geht es dann weiter. Und auch hier einfach ein bisschen springen. Kriegt man schon irgendwie hin, sodass wir das schaffen. Zack, einmal rüber. Wie gesagt, ihr seht, es geht eigentlich. Nur das Problem ist, wenn man halt echt im falschen Augenblick abspringt und die Ecke trifft, dann ist es halt Schicht im Schacht. Das ist halt kein Super Mario Bros., wo man entspannt durchkommt. Ja, mit dem Waffenwechsel habe ich es heute irgendwie gehabt. Ich wollte immer versuchen, dass ich euch genug Licht bieten kann. Ich finde, das wirkt ja alles so dunkel, oder? Oder würdet ihr sagen, hey, ohne Taschenlampe ist okay? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich fand, mit Taschenlampe ist irgendwie ein bisschen mehr, man sieht mehr. Auch wenn ich dann zwar dauerhaft die Pistole spielen musste, oder halt eine Waffe mit Taschenlampeaufsatz. Aber ich finde, irgendwie hat man mit Taschenlampe so ein bisschen mehr, man sieht ein bisschen mehr. Ja, geht dann ganz weiter. Und dann sehen wir schon am Ende, habt ihr gerade gesehen, ist das Artefakt. Also einmal da rüber, und dann kommen wir auch schon hin. Natürlich hier Leute, man kennt es, ich wollte hier nicht rausschneiden, der Ladebuck. Ja, man kennt es, wenn man seinen Enderhaken auf die Armposte legt, dass er einfach nicht abschießt. Und man den immer wieder drauflegen muss. Nee, ohne Mist Leute. Bei einer Flinte kann ich es verstehen, dass sie Ladehemmung hat, weil sie ja mit Schießpulver und so ein Kram läuft. Aber ein Enderhaken darf keine Ladehemmung haben. Nein, darf einfach nicht. Punkt. So, also nicht so oft auf jeden Fall. Vielleicht mal klemmt oder so. Ja, dann seht ihr hier, ich wollte euch mal zeigen, auch ich kann springen. Also, King Jacks nimmt euch den einfachen Weg und ganz Movepad-mäßig einfach richtig geil rübergesprungen. Ja, geil, oder? Hier, bitte Leute, dafür bitte gerne ein Like da lassen für den tollen Sprung. Nee, also ihr könnt auch für Kühe gerne ein Like und ein Abo da lassen. Also das ist jetzt ja nicht. Und auch gerne ein Kommentar natürlich. Aber es war jetzt kein krasser Sprung. Nee, und dann natürlich die ganzen Federmäuse weggekloppt. Nebenbei noch ein paar Mal das Artefakt geschlagen. Natürlich, dass es ein paar Kerben bekommt. Und nachdem hier einfach alles down war, dann konnten wir uns auch schon das letzte Artefakt schnappen, um zur Brutmutter zu kommen. Weil wir spielen ja wie gesagt so, dass wir drei Artefakte holen. Brutmutter, drei Artefakte Affe, vier Artefakte Drache und dann natürlich in die Tech Cave gehen. Ja, noch ein bisschen kurz den Erfolg feiern, dass wir uns da schöne Artefakte geholt haben und schön der Base stehen kann. King Jacks dreht natürlich ein bisschen durch. Und jetzt geht es schon Richtung der Brutmutter, Leute. Ja, natürlich nehmen wir Megaterrien mit, weil ohne wäre es ein bisschen doof. Erstmal zack, 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 zack. Hier ein paar ausgepackt und dann geht das Ganze auch schon Richtung Kampf, Porten und Zug und einmal schön in die Arena. Und da sehen wir auch schon die schöne Brutmutter-Arena. Und du wirst heute, ich finde sie vom Style her gefällt mir so. Ich war mir so überrascht, guck mal, wie schnell die Brutmutter ist. Zack, 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 zack. Ich hatte irgendwie bis langsam Erinnerungen gehabt. Die hat jedenfalls richtig guten Speed drauf. Und auch hier ist mir aufgefallen, die Arena ist sehr dunkel, oder? Ja, so, ich finde, man könnte mal ruhig ein paar Lampen aufstellen. So ein paar Scheinwerfer oder so, wäre eigentlich nicht schlecht. So ein bisschen was verteilen, wäre cool. Nee, aber hier die Brutmutter sonst, ihr müsst mit Megaterium reingehen, weil auch Bildungsauftrag muss hier erfüllt werden. Die spawnt die ganze Zeit so kleine Spinnen. Wenn ihr mit einem Megaterium kleine Spinnen tötet, dann bekommt ihr einen Buff, der euren Damage enorm erhöht, wo ihr mehr Damage als ein Rex macht. Ihr bekommt weniger Damage als ein Rex, weil ihr halt durch diesen Buff auch noch zusätzlich eine Damage-Reduzierung bekommt. Plus einen guten Sattel heißt gefühlt gleich Damage null, muss man so sagen. Und dann könnt ihr einfach ganz in Ruhe drauf loskloppen und haut diese einfach wieder. Nehmen wir mal ganz kurz ein Knicklicht dann gemacht, weil mit Knicklicht das Ganze ein bisschen hübscher. Man sieht ein bisschen mehr was von der schönen roten Alpha-Brutmutter, wie sie down geht. Wie gesagt, Leute, also die Brutmutter ist, finde ich, der leichteste, ist ja auch eigentlich der leichteste Boss von allen alleine, weil halt Megaterium einfach so krassen Bonus bekommen gegen die Brutmutter. Wie gesagt, das ist richtig, richtig übel, weil erhöhte Damage-Reduzierung plus krasser Sattel plus erhöhten Damage in der Kombination ist halt wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ja, und dann geht's weiter gegen den Kampf und dann stirbt sie einfach. Bam, weg waren sie, Leute. Brutmutter-Kampf war jetzt wirklich nicht schwer. Wie gesagt, wir haben auch Alpha gemacht. Klar, Leute, das sind halt auch gezüchtete Megaterrien, das ist keine Standard, einfach eben mal kurz geholt, aber auch jetzt keine OP-Megaterrien, das muss man eben einmal sagen. Ja, das war's mit der Folge. Ich würde sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was so eure Erfahrungen mit dem Feuer-Dungeon, dem Lava-Dungeon und der Brutmutter sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht's Artefakte holen für den Gigantopetikus, also für den Affenboss. Und ja, noch ein bisschen kurz, ein bisschen mit Lichtlein gespielt. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo lassen, das wird hier bis Genesis 2 jede Woche. Hoffentlich, während alles funktioniert, immer zwei Videos geben. Und ja, dann sehen wir uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt die Zeit in ARC, Leute. Also bis denn und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.